Herzlich willkommen zu unserem Webinar Faktor Mensch, erfolgreiche Digitalisierung durch Change Management. Mein Kollege Andreas Eichhorn und ich, mein Name ist Patrick Jörg, werden Sie heute begleiten durch dieses Webinar. Ja, hallo, ganz kurz auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Webinar. Change ist für uns ein ganz wichtiges Element und wie wir in der jetzigen Situation auch ganz schnell alle feststellen müssen, können Veränderungen auch ziemlich rapide kommen. Das heißt, es ist gut, wenn die Organisation grundsätzlich in dem Bereich Erfahrung hat und eine gewisse Flexibilität an den Tag legt. Wir sagen, dass wenn wir Digitalisierungsprojekte bei Kunden betreuen, dass eigentlich drei wesentliche Komponenten ganz entscheidend sind, damit Digitalisierung erfolgreich ist. Fehlt eine von diesen drei Elementen, dann ist die Gefahr, dass Projekte in der Mitte des Weges ins Stocken geraten oder vielleicht auch ganz gestoppt werden, sehr groß. Und zwar sehen wir die Bereiche Operations, IT und Prozesse. Da geht es um die Technologie, da geht es um Prozessoptimierung, da geht es um das Zusammenspiel verschiedener Komponenten. Und dann haben wir den ganzen Bereich Strategie, wo es primär darum geht, die Richtung vorzugeben und eine digitale Vision zu definieren, damit die verschiedensten Initiativen, die so im Laufe der Zeit Staat im Unternehmen miteinander in Verbindung stehen und eben auch Synergien wirklich heben können. Und der dritte, ebenso wesentliche Bereich ist das, was wir unter Menschen zusammenführen oder unter People and Organization. Da geht es darum, von vornherein zu sehen, dass alle involvierten Personen, das heißt so schön, mitgenommen werden. Sie einfach den Nutzen, das Verständnis, die richtigen Informationen für Veränderungen haben und eben so eine Digitalisierung mit begleiten. Wenn das fehlt, haben Sie vielleicht eine tolle Vision, gehen in die richtige Richtung. Sie haben die technologische Grundlage geschaffen. Aber was einfach fehlt, ist, dass die Mitarbeiter im Unternehmen einfach die Veränderung umsetzen. Schönes Beispiel, was ich auch aus eigener Erfahrung bei uns im Unternehmen vor Jahren immer wieder selbst festgestellt habe, ist zum Beispiel solche Tools wie Jammer. Das ist ein App aus der Office 365 Familie, mit dem Sie im Prinzip Informationen leicht teilen können. Das ist sowas wie ein Facebook für Unternehmen. Und das können Sie natürlich relativ leicht installieren und es allen zur Verfügung stellen. Aber wenn es keiner nutzt, dann ist das Tool an sich relativ sinnlos. Und damit das passiert, muss halt von vornherein sichergestellt werden, dass Veränderungen begleitet werden. Das ist das, was wir primär im Bereich People and Organization auch adressieren. Warum also Change Management, Andreas? Ja, ein ganz wesentlicher Punkt, warum Change Management tatsächlich eine sehr sinnvolle Investition ist, ist eine Erkenntnis, die man auf diesem Slide ganz gut sieht. In klassischen IT-Projekten ist das Thema Projektmanagement seit vielen, vielen Jahren völlig klar besetzt. Das ist mal besser umgesetzt, mal schlechter. Aber allen ist klar, dass Digitalisierungsprojekte oder IT-Implementierungsprojekte oder auch Organisationsveränderungen, alles, was damit zusammenhängt, ein ordentliches Projektmanagement benötigen. Was dann häufig passiert ist, dass man sehr dark bei der Projektplanung auf ein bestimmtes Endziel hinarbeitet und das ist der Go-Live. Die meisten Projektpläne sehen vielleicht nach so einem Go-Live irgendeiner Implementierung immer noch so eine Art Supportphase vor, aber irgendwie scheint auch in der gesamten Kommunikation, auch in Lenkungsausschusssitzungen und so weiter immer der Termin für den Go-Live das ganz entscheidende Kriterium zu sein. Was man dabei leider völlig außer Acht lässt oder einfach vielleicht nicht in der Tiefe wahrnimmt in dem Moment ist, dass letztlich der Benefit, also der Grund, warum ich überhaupt eine bestimmte Implementierung vornehme, ganz sicher nicht im Moment des Go-Lives erreicht ist, sondern der Moment ist erst viel später erreicht, nämlich dann, wenn das zur Verfügung gestellte System tatsächlich auch so genutzt wird wie vorgesehen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass eigentlich der Zeitpunkt, der nach dem Go-Live ist, der tatsächliche wichtige Zeitpunkt ist, an dem die Veränderung sich tatsächlich manifestiert. Und deshalb schauen wir auch im Change Management weniger auf den Go-Live. Das ist auch ein wichtiger Meilenstein, ein wichtiger Prozess, sondern wir gucken eher darauf, was sind eigentlich die Gründe, warum ich ein Projekt ursprünglich mal aufgesetzt habe? Was sind die Erfolgsfaktoren? Was sind die Benefits, die ich mir davon verspreche? Wir halten das die ganze Zeit bewusst in den Köpfen und schauen dann auch im Nachgang, ist das erreicht? Und wie gesagt, das ist fast immer nicht der Go-Live, sondern ein Zeitpunkt danach. Und das bringt uns dann auch gleich zum nächsten Punkt. Und zwar möchte ich natürlich mit jedem Projekt wissen, ab wann sich ein Projekt für mich rechnet und ab wann ich den Break-Even-Punkt des finanziellen Commitments, das ich für ein Projekt eingebe, erreiche. Und das ist halt auch etwas, wo wir ganz klar sehen, dass uns Change Management dabei helfen kann. Das ist jetzt eine exemplarische Darstellung von ProSci. ProSci ist eine Organisation aus den USA, die eigentlich seit 20 Jahren im Bereich Change Management forschen und von denen wir natürlich auch viel Methoden-Know-how haben. Und das ist eine Forschung, die Sie eben klar herausgearbeitet haben, wo Sie Projekte verglichen haben, die ohne Change Management Unterstützung abgewickelt wurden und eine Vielzahl an Projekten, die mit Change Management Unterstützung abgewickelt wurden. Und der Unterschied ist ganz einfach, was die herausgefunden haben, dass eine Change Management-Begleitung eines Projekts mir dabei hilft, sprich, dass ich am Anfang natürlich mein Investment habe, da muss ich Leute schulen, da halte ich Leute gewissermaßen von der Arbeit ab, wenn ich ein neues System einführe und so weiter. Dann habe ich vielleicht Widerstände, da möchten die Leute noch nicht so richtig mit dem neuen Produkt arbeiten oder den neuen Prozess annehmen. Und irgendwann komme ich dann zu dem Punkt, dass ich sage, ich erreiche den Break-Even-Punkt und ab da verdiene ich dann Geld oder mein Investment hat sich amortisiert. Und mit Change Management hat ProSci herausgefunden, komme ich einfach viel schneller zu diesem Punkt und dementsprechend verdiene ich natürlich über die Zeit gesehen dadurch dann viel mehr Geld mit diesem Investment. Ja, es gibt andere Argumente, die ganz allgemein für Change Management sprechen, neben eben dem früheren Erreichen des ROI. Das ist auch die Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit. Das heißt, ob ein Projekt überhaupt in Summe die Ziele erreicht, die es ursprünglich mal anvisiert hat. Es ist der Umgang mit Widerständen, der bei Beteiligten in einem Projekt ganz automatisch entsteht, der fokussiert wird im Change Management, wo versucht wird, möglichst frühzeitig ein Gespür dafür zu bekommen, was Menschen umtreibt, die in einem Projekt involviert sind und wie man gegebenenfalls sehr zielgenau dafür sorgen kann, dass der Nutzen des Projektes für jeden Einzelnen ersichtlich ist. Und naja, grundsätzlich können wir sagen, dass wir in einer Welt leben, in der kontinuierlicher Wandel stattfindet, insbesondere in Zeiten der Digitalisierung. Wir werden wohl kaum in eine Situation kommen, wo sich die Veränderungsprozesse wieder entschleunigen, sondern es ist ganz sicher davon auszugehen, dass sich das eher noch beschleunigt. Und auch da ist Change Management dann ein ganz entscheidender Faktor für den Erfolg in diesen Prozessen. Ja, welche Konsequenzen kann es geben, wenn man, und wir sprechen hier immer von der persönlichen Seite des Change, Also aus Projektmanagement-Sicht betrachte ich eher die technische Seite, ich möchte das Projekt inhaltlich steuern. Im Change Management versuchen wir immer, die persönliche, die menschliche Seite dieser Veränderung zu adressieren. Und was natürlich als Konsequenz passiert, wenn das nicht adressiert wird, ist, dass die Produktivität sinkt, dass es, wie gerade schon gesagt, Widerstand gibt. Und da unterscheiden wir zwischen passiven und aktiven. Und passiver Widerstand ist sicherlich fast noch die schlimmere Variante des Widerstandes, weil dort äußern Mitarbeiter oder wichtige Stakeholder im Projekt nicht ganz explizit, was sie stört, sondern sie ziehen sich eher zurück, mauern und können durchaus auch Ideen, die das Projekt verfolgt, torpedieren, was man dann relativ spät erst merkt. Dann gibt es weitere Themen. Genau, das ist einmal das Thema Fluktuation. In der heutigen Zeit, wo wir ganz häufig in einem Arbeitgebermarkt sind, in einem Arbeitnehmermarkt, wo es schwierig ist, die Mitarbeiter fürs Unternehmen zu finden und zu begeistern und auch langfristig zu halten, ist natürlich Fluktuation grundsätzlich ein Riesenproblem. Change Management versucht auch das zu adressieren, also die Fluktuation zu reduzieren. Change Management versucht sicherzustellen, dass keine Gleichgültigkeit gegenüber den Aktivitäten im Unternehmen stattfindet und auch, dass kein Streit über die Notwendigkeit über Veränderungsprozesse an der Tagesordnung sind. Andere Themen, wenn man Change Management komplett außer Acht lässt oder die persönliche Seite nicht adressiert ist, wir haben ja Krankmeldungen, Changes und das ist ganz entscheidend, werden nicht vollständig implementiert. Und das ist auch wieder ein schönes Beispiel für diese Grafik, die wir gerade gesehen haben mit dem Go-Live und dem tatsächlichen Zeitpunkt, wo der Nutzen des Projektes generiert wird. Denn ganz häufig durchlaufen wir bestimmte Prozesse und denken, wir haben jetzt diesen Change vollzogen, aber er ist eben nicht vollständig vollzogen, sondern es ist ein Flickenteppich und dann erzeugen wir natürlich auch nicht den Mehrwert. Ja, Sollprozesse werden nicht gelebt, sondern man versucht sich irgendwelche Wege zu finden, die einem das ermöglichen zu tun, was man immer schon vorher gemacht hat. Mitarbeiter können alte Muster zurückfallen. Deshalb ist bei uns im Change Management auch das Thema Reinforcement, nennen wir das, also die Vertiefung, stetige Wiederholung der Notwendigkeit von Change ganz wichtig. Das Projekt kann gestoppt werden und was Sie auch häufig erleben in Projekten, wo die menschliche Seite eben nicht adressiert wird, dass ganz schnell Mauern aufgebaut werden und dann heißt es wir und die und anstatt, dass Abteilungen aufeinander zugehen und übergreifende Prozesse gemeinsam gestalten, was ja zum Beispiel bei Einführung von ERP immer ein ganz wesentliches Ziel ist, bauen Sie Mauern auf und versuchen irgendwie diese Zusammenarbeit erst recht nicht zu unterstützen. Und auch das ist etwas, was man unter allen Gesichtspunkten vermeiden sollte. Jetzt wäre interessant mal, wie sieht denn so ein Prozess aus? Wie gehen wir denn Change überhaupt an oder was ist unter Change überhaupt zu verstehen? Prinzipiell ist es ja so, dass jemand, der eine Veränderung durchläuft, drei Phasen durchläuft. Wir befinden uns anfangs von so einer Veränderung immer in einem Ist-Zustand. Da fühle ich mich wohl. Das ist zum Beispiel, wie meine Prozesse heute funktionieren. Ein IT-System, das ich heute verwende und so weiter. Und jetzt muss ich mal ganz trivial ja einen Transformationszustand durchlaufen, um zu einem zukünftigen Zustand zu kommen. Und das heißt dann eben, wie werden diese Prozesse in Zukunft funktionieren? Da ist dann sehr viel Unsicherheit dabei, aber das ist auf jeden Fall dieser künftige Zustand, wo ich da mal hin muss, wenn ich mich verändern muss oder möchte. Genau. Und wenn wir jetzt schauen, wie das dann konkret aussieht, dann ist es so, dass für jedes Individuum, eigentlich jeden Projekt, Mitarbeiter im Projekt, diese Transformation zu durchlaufen ist. Das heißt, es gibt immer diesen Ist-Zustand, da wo wir starten. Also wie mache ich meine Arbeit heute als Mitarbeiter, als Projektmitglied? Dann gibt es diesen Transformationszustand und dann den zukünftigen. Das heißt, wie mache ich dann meine Arbeit nach dem Change? Und ganz häufig ist die Situation gegeben, das sehen wir ja in der unteren Zeile, dass während des Transformationszustandes eben nicht alle diese Transformation mitmachen. Und dann ist auch der zukünftige Zustand nicht einheitlich, sondern ist mehr so wie ein Schweizer Käse. Es wird nämlich an manchen Stellen tatsächlich dann nach neuen Vorgaben oder nach neuen Prozessen hantiert, gearbeitet, aber eben nicht überall. Und das ist im Zweifelsfall wirklich ein Worst Case, weil sie dann ganz sicher Probleme im Ablauf erzeugen. Das heißt auch, dass unser Ziel eigentlich sein muss als Organisation, dass möglichst alle Mitarbeiter, die an diesem Change partizipieren, die Teil des Veränderungsprozesses sind, dass alle einzelnen Mitarbeiter diese Transformation vom Ist in den zukünftigen Zustand vollziehen, weil erst dann ist die Organisation in Summe tatsächlich auch in dem zukünftigen Zustand. In Change-Prozessen haben sie ganz häufig die Situation, dass alle sich einig sind, dass vielleicht eine Veränderung notwendig ist und dass die Organisation sich ändern muss. Nur die Organisation per se gibt es so gar nicht. Es gibt sicherlich gewisse Strukturen, es gibt gewisse Prozesse, die auch angepasst werden müssen, die erstmal unabhängig von dem Individuum sind, aber am Ende des Tages ist eigentlich nur die Summe der Veränderung der Einzelperson das, was die Gesamtveränderung in der Organisation ausmacht. Und deshalb ist das eine ganz wesentliche Erkenntnis, dass ich eben jeden Einzelnen wirklich individuell adressieren muss, um in den zukünftigen Zustand für das Gesamtunternehmen zu kommen. Und da gibt es jetzt im Change-Management das Flight-Risk-Modell. Vielleicht haben Sie davon schon mal gehört. Das verdeutlicht eigentlich ganz klar die Probleme, die da auftreten in einer Person bei so einer Veränderung. Und zwar sehen wir hier auf dem Zeitstrahl diese Zeitachse. Das heißt, wir starten auf der linken Seite mit einer Veränderung und der obere Bereich, das ist so meine Komfortzone, wo ich starte. Und dann ist dort exemplarisch eben so ein zweiter Bereich, das ist der Bereich der Sorge, der Unsicherheit, wo ich mich nicht mehr so wohlfühle. Und dann der Bereich des Risikos oder Flucht, also da eben das Flight-Risk-Modell kommt eigentlich daher. Früher in der Steinzeit haben wir, wenn wir einen Tiger gesehen haben, entweder sind wir weggelaufen. Und das ist so der Bereich, in den wir nicht rein wollen. Und das ist jetzt mal ein ganz exemplarisches Beispiel. Was passiert denn in diesen Bereichen? Also im Bereich der Sorge und der Unsicherheit kommt es zu passiven Widerstand, zu Produktivitätsverlusten. Da fängt es an, dass Leute unzufrieden sind. Da wird sich dann beschwert über das Projekt. Und wenn es dann noch weiter runter geht, wenn die Mitarbeiter dann in diesen Risikofluchtbereich kommen, das führt dann wirklich zu aktivem Widerstand, dass Leute sich dem Change-Prozess komplett verweigern und diesem auch austreten. Und das führt dann in weiterer Folge dann auch irgendwann zum Verlust von wertvollen Mitarbeitern. Dass gerade die Mitarbeiter, die das Thema noch vorangetrieben haben, dann so frustriert sind, dass sie dort dann nicht mehr dem beiwohnen. Und was wir natürlich auch schon oft gesehen haben, dass sich das dann irgendwann auch auf Kunden auswirken kann. Also das ist dann wirklich das, wenn man beispielsweise ein IT-System einführt und man kommt in diesen roten Bereich, das ist dann wirklich das, wo der Kunde dann davon auch mitkriegt. Und wo ich dann wirklich gröbere Probleme in der Organisation bekomme. Das heißt, wir wollen natürlich immer so weit wie möglich oben bleiben. Und jetzt diese letzte Darstellung war wirklich mal eine sehr einfache. Oft sieht das Ganze vielleicht eher mal so aus, dass das so ein Auf und Ab in einer Wellen, zuerst fühle ich mich als Mitarbeiter wohl damit, dann bin ich motiviert und dann geht das schnell in die Frustration rein. Und im Change Management, unsere große Aufgabe ist eben, dass wir durch eine stetige Kommunikation und ein stetiges Abholen der einzelnen Individuen schauen, dass wir die Leute da oben in dieser Komfortzone halten. Jetzt sieht das Ganze natürlich auch oder kann auch ganz anders aussehen, weil in einer Organisation läuft typischerweise nicht nur ein Projekt, sondern es laufen drei Projekte simultan oder noch mehr. Und dann während bei einem Projekt, wie jetzt hier Projekt 1, das vielleicht sich relativ weit oben abspielt, kann es bei Projekt 3 ganz anders aussehen. Das heißt, das ist natürlich eine sehr vielschichtige Betrachtung, die wir da haben. Oder es könnte zum Beispiel auch sein, dass ein Projekt in Abteilung A alles im grünen Bereich ist und Abteilung D schon komplett ausgetreten ist aus dem Change-Prozess und sich dessen komplett verweigert. Also das soll Ihnen eben nur zeigen, wie vielschichtig das Ganze ist und es ist eben sehr schwierig, so etwas auf einem einfachen 2D-Modell darzustellen. Ja, jetzt gibt es in dem Zusammenhang auch ein weiteres wichtiges Modell, mit dem wir sehr intensiv arbeiten und das ist das sogenannte ADKAR-Modell. ADKAR steht für die fünf Phasen, die Sie ja rechts sehen, von Awareness, Desire, Knowledge, Ability und Reinforcement und letztlich beschreibt es einen Verlauf, den Abteilungen, aber auch Individuen durchlaufen während des Veränderungsprozesses. Das sind Schritte, die gegangen werden müssen, nacheinander, also die Sequenz beginnt bei Awareness, ist dann über Desire, Knowledge und so weiter, ist absolut essentiell. Die gegangen werden müssen, damit man erfolgreich Change umsetzt und die einzelnen Begriffe bedeuten jetzt hier Awareness, erstmal, dass der Mitarbeiter versteht, dass es Veränderungen gibt, warum es diese Veränderungen gibt und was vielleicht auch die Konsequenzen wären, wenn die Veränderung nicht vorgenommen würde. Der John Kotter spricht da auch gerne von Sense of Urgency, das hilft natürlich, also je dringlicher etwas ist, umso klarer bin ich mir über die Bedeutung Bedeutung und Sinnhaftigkeit eines Veränderungsprozesses bewusst. Wenn wir mal das Beispiel aktuell nehmen, Covid-19, Leute sitzen alle im Homeoffice, auch wir beide sitzen heute hier im Homeoffice, machen das Webinar eben nicht wie sonst zusammen in einem Raum und jetzt arbeiten plötzlich sehr viele Leute remote und so weiter und das ist eine Veränderung, die ist natürlich sehr dringlich und jedem klar, warum das jetzt gerade aktuell erforderlich ist. Im Projektverlauf ist das manchmal etwas schwieriger zu überbringen, deshalb muss man da sehr viel Augenmerk drauflegen. Der nächste Punkt ist Desire, das heißt jeder Mitarbeiter muss selber für sich die Frage beantworten, was ist da für mich drin? Also Englisch wurde es In it for me, wir beantworten da die Frage, was habe ich davon, wenn ich diesen Veränderungsprozess mitgehe und das ist nicht unbedingt eine egoistische Einstellung, es ist eine grundsätzlich menschliche Frage, die in so einem Veränderungsprozess beantwortet werden muss und wo man vielleicht auch sehr individuell darauf eingehen muss. Knowledge wäre dann die Fähigkeit oder erstmal das Wissen, nicht die Fähigkeit, sondern das Wissen, diesen Veränderungsprozess umzusetzen. Also beispielsweise, wenn ich ein neues CRM-System einführe, wäre hier einfach die Kenntnis, wie ich dieses System bediene, der entscheidende Punkt, also habe ich Ahnung, wie es geht. Wenn ich das habe, reicht das aber noch nicht, weil ich muss auch noch befähigt werden, es zu tun. Also Ability spricht hier an, dass ich auch in der Lage bin, tatsächlich das Wissen umzusetzen. Und der letzte Punkt ist Reinforcement. Reinforcement meint, dass diese Veränderung, die angesteuert ist oder angesteuert wird, auch immer wieder betont und immer wieder verstärkt wird. Also dass, wenn Personen beispielsweise ihr Verhalten geändert haben, so wie es der Veränderungsprozess vorsieht oder sich wünscht, dass das dann auch positiv sanktioniert wird, zum Beispiel. Oder dass es besonders herausgestellt wurde, dass das jetzt eine Änderung ist, die genauso gewünscht ist und die auch nach wie vor immer noch genauso gewünscht ist. Weil gerade an der Stelle stellen wir in Change-Prozessen häufig fest, dass zwar am Anfang klar gesagt wurde und Leute es auch verstanden haben, aber wenn das nicht nochmal wiederholt wird, im längeren Verlauf, den so Veränderungsprozesse ja haben können, dann geht das manchmal wieder verloren. Deshalb, ich muss es immer wieder betonen, ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass der Change, dass die Veränderung, die vorgenommen wird, eben auch nach wie vor gewünscht und richtig ist. Jetzt haben wir im Prinzip einmal so den Change allgemein uns angeguckt und was das für jeden Einzelnen bedeutet. Patrick, jetzt würde ich dich bitten, beschreib doch mal den Prozess des Change-Management so wie Cosmo ihn lebt oder wie Cosmo ihn auch Kunden anbietet in Projekten begleitend. Genau, wir haben für uns da diesen Prozess in drei Phasen untergliedert. Zum einen schauen wir uns mal und wir haben ihn unten da noch zu einem Projektlaufzeit aufgemalt, die man so typischerweise aus dem Projektmanagement kennt und wir untergliedern das in der ersten Phase erstmal, die geht typischerweise so bis zum Projektstart, wo man wirklich sagen würde, da würde ich jetzt mit dem Projekt beginnen. Dann kommt danach zu dieser Phase des Begleitens der Veränderung und wenn ich dann beim Projektende bin, das wäre vielleicht so mein Punkt des Go-Lives, da komme ich dann wirklich in diese Nachbereitungsphase rein, auch in dieses Reinforcement, was Andreas gerade erzählt hat, wo ich wirklich diese Veränderung nachhaltig im Unternehmen verankern möchte. Und Sie sehen dann in den Phasen, also in der Phase zwei gibt es eben verschiedene Pläne. Das sind so diese, das ist so das Hauptaugenmerk des Change Managements. Da schaue ich zum einen, dass sich die Kommunikation strukturiert über diese ganze Change-Laufzeit hinweg plane. Dann ist das Thema Sponsoren ein großes Thema. Sponsoren würde man vielleicht klassischerweise als Stakeholder bezeichnen und das sind im Endeffekt alle oder im Change Management betrachten wir da alle Leute, die einen gewissen Einfluss ausüben können und die von diesem Change betroffen sind. Also das heißt typischerweise Führungs- und so weiter. Dann geht es natürlich auch darum, um das Coaching, das heißt, um diese Sponsoren dann auch zu befähigen, diese Veränderung zu begleiten. Das heißt, ich muss natürlich einer Führungskraft, die jetzt Teil einer Organisation ist, die ein riesiges neues System einführen muss und die da ganz entscheidend dazu beitragen kann, dass ihre Abteilung da voll dabei ist und da mitzieht. Da muss ich mich natürlich erstmal hinsetzen und dieser Führungskraft genau erklären, was wir da vorhaben. dann muss auch, wenn Sie sich gerade erinnern an dieses Light-Risk-Modell, dann muss auch erstmal diese Führungskraft oder diese Sponsoren müssen erstmal selbst diesen Prozess durchlaufen, um da dabei zu sein und dieses Teil der Tränen durchlaufen, um dann wirklich Ihre Mitarbeiter da auch motivieren zu können. Das passiert alles im Coaching-Plan, Resistenz-Management-Plan, das ist das große Thema Widerstände, natürlich auch ein ganz großes Thema im Change-Management. Dafür haben wir natürlich auch einen eigenen Plan, wo wir dann Strategien haben, mit diesen Widerständen umzugehen und zu guter Letzt ein Trainingsplan, wo wir uns halt auch überlegen, wie wir die Leute schulen. Jetzt springen wir mal in die erste Phase rein, das heißt, wie gehe ich strukturiert so einen Prozess typischerweise an? Zuerst muss ich natürlich mal eine Analyse machen, das heißt, eine Analyse der Organisation, mit der ich mich beschäftige und auch eine Analyse mit der Veränderung, die diese Organisation durchführen möchte. Das heißt, da definiere ich dann einmal klar die Zielgruppe. Wer soll denn wirklich von dieser Veränderung profitieren? Wer ist da betroffen? Wie groß ist diese Veränderung auch? Ich muss mir vielleicht auch mal anschauen, wie ist denn die Unternehmenskultur in dieser Organisation? Und zu guter Letzt muss ich natürlich auch ein Budget, wie ich diese Analyse durchgeführt habe, kann ich mal klar für mich sagen oder kann ich mal das Risiko dieser Veränderung auch abschätzen? Und der zweite Schritt ist dann eben, basierend auf dieser Analyse, dass ich den Change-Management-Ansatz definiere und festlege. Das heißt, ich mache mir eine Strategie. Ich definiere eine Teamstruktur mit Verantwortlichkeiten. Das heißt, ich muss natürlich das auch mit dem Projektmanagement eng abstimmen. Es kommt auch sehr darauf an, wie groß dieses Veränderungsprojekt ist. Habe ich da vielleicht auch ein Projektmanagement-Team oder nur einen Projektmanager? Habe ich Berater oder andere Experten, die ihr Expertenwissen einbringen, um diesen Projekt durchzuführen? Da muss ich die Rollen und Verantwortung der Sponsoren definieren. Das heißt, das ist das, was ich gerade mit diesen Stakeholdern angesprochen hatte. Und da bereite ich dann auch die Implementierung vor. Und der dritte Schritt ist dann, ist eben, dass ich diese fünf Pläne, die ich gerade vorgestellt habe, dass ich diese erstelle und mir wirklich genaue Gedanken mache. Wie kommuniziere ich? Wer sind die Sponsoren? Wie befähige ich diese Sponsoren? Welche Widerstände könnten auftreten? Und wie gehe ich mit diesen Widerständen um? Und wie schule und trainiere ich die Leute? Genau, wir würden dann in Phase 2 übergehen, nachdem wir im Prinzip vorher die Situation analysiert haben und darauf aufbauend dann Entscheidungen getroffen haben, wie wir das ganze Thema angehen, dass wir den Change tatsächlich begleiten. Das hängt natürlich auch immer von dem konkreten Veränderungsprozess ab. Manche sind halt kurzfristigere Projekte, wo das eine sehr knackige, kurze Begleitung ist, bei manchen, zum Beispiel ERP-Einführungen, dauert das auch manchmal 1, 2 Jahre, je nachdem, wie komplex und groß das Projekt ist. Und was wir da machen, ist natürlich diese Pläne umsetzen, die definiert wurden, sie auch immer wieder anpassen, den Gegebenheiten, Feedback einfordern und zu schauen, wo stehen wir in den einzelnen Teams und bei den einzelnen Einzelpersonen etc. Und was wir machen, ist natürlich, dass wir versuchen, Widerstände frühzeitig zu entschärfen. Das heißt, wir versuchen erst mal präventiv, Widerstände vorher schon zu identifizieren oder uns im Klaren zu werden, wie verschiedene Gruppen innerhalb der Veränderung auf diese Veränderung reagieren, was ihre Argumente dagegen sein werden und welche Gründe es geben könnte, dass Widerstand entsteht und versuchen halt eben präventiv darauf einzuwirken. Und auf der anderen Seite reagieren wir natürlich auch, wenn es dann zu ganz klaren Widerständen kommt, direkt oder auch, wenn es sich um längerfristige Themen handelt, dann auch reaktiv. Ziel ist natürlich immer präventiv und proaktiv, das Ganze anzugehen, deshalb folgen wir halt diesem strukturierten Prozess. Ja, und dann gehen wir eigentlich in Phase 3 über, nämlich den Change verfestigen. Wir hatten das im ADKAR-Modell gerade schon gesehen, dieses Thema Reinforcement ist ganz wichtig. Das heißt, das passiert parallel, dass man immer wieder Feedback einholt, es analysiert und darauf reagiert, dass man dann auch die Pläne anpasst. Auch die bleiben nicht statisch, sondern sind dynamisch während eines Projektes, dass man tatsächlich kleine und große Erfolge tatsächlich feiert, dass man auch schaut, dass man möglichst schnell sogenannte Quick-Wins umsetzt. Das heißt, wenn man zum Beispiel in einem komplexen Software-Projekt kleinere Bereiche hat, wo man relativ schnell zum Beispiel einzelne Apps oder einzelne Funktionen zur Verfügung stellen kann, die einen großen Mehrwert bieten, dann sieht man halt zu, dass man das möglichst zu Beginn macht, sodass die Wahrnehmung des Gesamtprojektes von vornherein eine positive ist, weil Mitarbeiter von vornherein eben auch schon Nutzen erkennen können. Und was man eben auch versucht, ist, diesen neuen Status Quo zu stärken. Das macht man durch gewisse Kommunikation, das macht man durch gewisse Events, das macht man durch Workshops, wo immer wieder auch allen Beteiligten bewusst gemacht wird, wo Veränderung schon erfolgreich umgesetzt ist. Weil diese Reflexion ist im Veränderungsprozess auch extrem wichtig. Tu Gutes spricht darüber, ist die eine Facette und auf der anderen Seite auch, dass Mitarbeiter untereinander ihre Wahrnehmung miteinander austauschen, damit alle wirklich wahrnehmen und erkennen, was schon alles positiv sich verändert hat. Letztlich haben wir hier nochmal eine Übersicht dieser einzelnen Pläne, über die der Patrick gesprochen hat, also vom Kommunikationsplan über Sponsorenplan etc. bis zu den Trainingsplänen. Und wir sehen, wie das wiederum in dieses ADCAM-Modell einzahlt. Also hier ist natürlich ganz klar, dass sowohl Kommunikationsplan als auch ein Sponsorenplan, als auch ein Coachingplan alle dazu geeignet sind, den Punkt Awareness zu verbessern. Also das Verständnis, warum der Change da ist, warum er sinnvoll ist, was passiert, wenn man ihn nicht berücksichtigen würde. und man sieht auch, wie die ganzen anderen Komponenten in die anderen Bereiche einplanen oder Input geben. Zum Beispiel in das Reinforcement, auch der Coachingplan, auch der Sponsorenplan, auch der Kommunikationsplan, Trainingsplan hilft natürlich Knowledge und Ability zu adressieren. Und so bringen all diese Aktivitäten im Prozess jeweils individuellen Nutzen innerhalb dieser Veränderung von der Erkenntnis, dass der Change wichtig ist, bis nachher das ja komplett umgesetzt wurde. Ja Patrick, jetzt haben wir die ganze Zeit über Change Management gesprochen. Wir haben auch schon mal kurzzeitig auf das Thema Projektmanagement hingewiesen. Die hängen ja irgendwie zusammen, weil auch Projektmanagement ist ja eine strukturierte Herangehensweise. Es wäre gut, wenn wir da jetzt nochmal ein wenig darauf eingehen, wie eigentlich der Zusammenhang zwischen diesen beiden Komponenten ist. Ja genau und dazu gibt es auch von ProSite das PCT-Modell und das verwenden wir ganz gerne, weil es eigentlich wirklich schön diesen Zusammenhang zwischen Projektmanagement, Change Management und aber auch dem Widership Sponsorship, also das heißt der Projekt Steuerung und Führung zeigt. Zum einen habe ich natürlich den Sponsor, das heißt wir sehen auch immer klar in so einem Projekt, dass wir einen Hauptsponsor da benennen können oder finden können. Das kann jetzt bei einer kleineren Organisation beispielsweise der Geschäftsführer sein, es kann aber auch jemand aus dem Vorstand sein, es kann aber auch jemand sein, der einfach einen gewissen Einfluss und möglicherweise auch Status in dieser Organisation hat, um einfach Einfluss geltend zu machen und auch wirklich sagen zu können, mir persönlich ist dieses Thema, dieses Projekt sehr wichtig, das liegt mir am Herzen und um dort eben zu einer Vorbildfunktion vorangehen zu können. Dann habe ich auf der anderen Seite das Projektmanagement und das Projektmanagement betrachten wir aus Changemanagements Sicht immer so als die technische Seite. Das bedeutet einfach für uns oder auch für Projektmanager genauso, das ist einfach wirklich ein strukturierter Ansatz, da habe ich meinen Zeitstrahl, da plane ich meine Budgets, das ist wirklich so diese technische Vorgehensweise, um dieser Veränderung eine Struktur zu geben. Und dann habe ich eben auf der dritten Seite das Changemanagement, das sich wirklich um diese persönliche, personenbezogene Seite der Veränderung kümmert. Und nur wenn ich es schaffe, dass ich alle diese drei Punkte adressiere und bei allen diesen drei Punkten eine gewisse Stärke und gute Planung da ist, dann schaffe ich es, dass ich meine Projektzähler erreiche, dass ich den Projektabschluss auch pünktlich, also sowohl zeitlich als auch budgetär, pünktlich abschließen kann und dass, wenn wir am Anfang zurückdenken, dass ich es schaffe, dieses Return on Investment wirklich zu realisieren und eben ein größtmögliches Return on Investment für dieses Projekt bekomme. Genau, und wenn wir uns anschauen, wie jetzt Projektmanagement und Changemanagement im Detail zusammenhängen, können wir ganz klar feststellen, beide folgen einem strukturierten Prozess. Der Fokus beim Projektmanagement ist ganz klar eher auf der technischen Seite der Veränderung und da haben wir dann so die klassischen Phasen von der Initiation, Planung über das Design, Implementierung und Abschluss mit den verschiedenen Tools und Werkzeugen, mit denen man da arbeitet, also von Leistungsbeschreibung, Projektplan, von Budgetplan, von vielleicht Business Cases anhand derer Tests gemacht werden, etc. und auf der anderen Seite haben wir das Changemanagement, was parallel exakt gleich losläuft, aber eben die persönliche Seite der Veränderung adressiert und auch da folgen wir dem beschriebenen Prozess über die Vorbereitung zur Verfestigung des Change und auch da nutzen wir bestimmte Tools oder Werkzeuge, um eben diese Veränderung zu begleiten. Dann sehen wir auch hier nochmal, dass eben das Projektmanagement wichtig ist, um eine gewisse Komplexität zu adressieren. Dann muss ich wiederum fragen, wie viel Changemanagement Sinn macht. Da versuche ich tatsächlich die verschiedenen Veränderungen, die die Mitarbeiter tatsächlich wahrnehmen, zu adressieren und darauf abhängig mache ich, dann kann ich die Entscheidung treffen, wie viel und wie stark ich mich darauf konzentrieren muss und wichtig ist, dass eben beide Elemente komplett verzahnt werden. Also, dass auch zwischen dem, was ich im Changemanagement mache und dem, was ich im Projektmanagement mache, eine sehr gute Kommunikation stattfindet, sodass man jeweils auch aufeinander Rücksicht nehmen kann. Als Beispiel, wenn ich im Changemanagement sicherstellen will, dass ich frühzeitig Feedback einhole, wenn bestimmte Inhalte der Veränderung mal in irgendeiner Form besprochen wurde, zum Beispiel in den ersten Workshops oder Trainings, dann könnte ich mir zum Beispiel vornehmen, eben immer im direkten Anschluss an diese Trainings eine Online-Umfrage zu machen und dann festzustellen, ja, wie sind die Antworten und was sind vielleicht bestimmte Dinge, die hier auftreten, auf die ich sofort reagieren kann. Das kann ich natürlich nur machen, wenn ich mich zeitlich sehr eng mit dem Projektmanagement austausche und immer weiß, welcher Schritt genau als nächstes geplant ist. Gut, abschließend möchten wir Ihnen gerne noch einen kleinen Ausblick geben und das ist zum einen eine kleine Zusammenfassung. Auch hier sehen wir von ProSci noch einen Ausschnitt aus der letzten Studie von 2018. Hier habe ich eben herausgefunden, dass wenn Changemanagement wirklich effektiv ist, dass man sechsmal erfolgreicher ist. Das heißt, sechsmal so viele Projekte schlagen nicht weh, wenn ich wirklich sehr gutes Changemanagement dabei habe. Und auf der anderen Seite sehen wir bei 15 Prozent, das sind jetzt 15 Prozent der Projekte, die dann rechtes Changemanagement hatten aus dieser Umfrage heraus und davon waren aber dann weniger als 20 Prozent erfolgreich oder zeitlich und budgetär im Rahmen. Zusammenfassend können wir eben sagen, Changemanagement fokussiert sich klar auf die persönliche Seite einer Veränderung, sowohl aus Organisationssicht, aber auch aus persönlicher Sicht. Was wir natürlich auch wirklich immer benötigen, ist, dass die Führungskräfte oder Manager, also eben unsere Sponsoren oder Stakeholder, dort dabei sind, dass wir diese abholen können und mitnehmen können. Dann benötigt Changemanagement aber auch die Unterstützung vom Projektmanagement und diese beiden müssen zusammenarbeiten. Also Changemanagement muss dem Projektmanagement zuarbeiten und umgekehrt. Und so sind das dann beides Tools, die den Projekterfolg unterstützen können. Und Changemanagement ist halt auch immer am effektivsten, wenn es wirklich von Beginn eines Projektes an in die Projektmanagement-Aktivitäten integriert ist. Wir haben auch schon Anfragen bekommen, wo es dann hieß, eine, zwei Wochen vor GoLive, dass da alles schief läuft und dass wir jetzt mal ein bisschen Changemanagement machen sollen. Und das ist halt leider so ein Punkt, wo wir dann auch sagen müssen, wir sind leider nicht der Katastrophenschutz, sondern besten, wenn nicht gleich, zu Beginn da die richtigen Akzente setze. Jetzt habe ich Ihnen noch einen kleinen Ausblick versprochen. Das heißt, was können wir Ihnen anbieten? Wie können wir Ihnen dabei helfen? Wir machen das mit unseren Kunden so, dass wir Ihnen immer einen Diagnose-Workshop anbieten, wenn eine Veränderung bei Ihnen ansteht. Und das Ziel ist eben, dass man so eine Analyse, wie ich sie vorhin kurz beschrieben habe, gemeinsam durchgeht und bespricht, um eben wirklich herauszuarbeiten, herauszuarbeiten. Was ist dann das anstehende Projekt? Wie wirkt sich das auf das Geschäftsstil aus? Man sieht sich da auch die organisatorischen Merkmale an. Man macht eine Risikoanalyse, überlegt sich auch, welche Sponsoren sind denn in der Organisation, die bei der Umsetzung des Projekts helfen könnten und schaut eben auch, welchen Einfluss diese Veränderung auf die Organisation haben wird, voraussichtlich. Und als Ergebnis haben wir dann so eine Ist-Analyse, das nennen wir den Impact-Index und eben eine Definition, wie man mit einem Change-Management dann weiter vorgehen könnte. Genau, dann ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man Mitarbeiter, insbesondere Sponsoren, und Sponsoren sind für uns alle die Personen, die in irgendeiner Form Einfluss auf das Projekt nehmen können, die wir im Rahmen der Diagnose identifizieren und auch klassifizieren, dass wir die befähigen, gutes Change-Management zu machen. Weil letztendlich gehören natürlich da gewisse kommunikative Stils zu, gewisse Kenntnisse und das Bewusstsein über bestimmte Prozesse bei Menschen etc. Und so haben wir eben in diesem Rahmen auch ein Paket geschnürt oder haben die Möglichkeit, dieses Wissen sehr kompakt, je nachdem, wie tief wir gehen wollen, Sponsoren, also Mitarbeiter im Unternehmen, irgendwie zur Verfügung zu stellen. Und das machen wir entweder in einer Ein-Tages-Veranstaltung oder auch sehr komprimiert in zwei Stunden, je nachdem, welches Ziel wir verfolgen. Letzte Komponente, die dann noch eine Rolle spielt natürlich, ist, wenn die Diagnose erfolgt ist, wenn man darauf einen individuellen Change-Ansatz gewählt hat für das jeweilige Unternehmen, für das jeweilige Projekt. Wenn man begonnen hat, wichtige Personen fit zu machen und auch im Change-Management zu coachen, dass dann eine kontinuierliche Begleitung während des Projektes stattfindet. Das heißt, da geht es darum, dass man immer mal wieder in gewissen Situationen, wenn ein gewisses Feedback eingeholt wird, aktiv wird in Form von Workshops, in Form von anderen Trainings, in Form von Eins-zu-Eins-Gesprächen etc. in Form von tatsächlichen Coaching-Sitzungen, je nachdem, was sinnvoll erscheint und eben auch diese verschiedenen Pläne, die erstellt wurden, weiterführt, anpasst und quasi die ganze Zeit als Sparring-Partner zur Verfügung steht, um während des Projektablaufs immer wieder zielgerichtet auf Veränderungen eingehen zu können. Ja, das war es eigentlich, was wir Ihnen präsentieren wollten. Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Zeit bedanken, dass Sie sich die Stunde genommen haben und diese gemeinsam mit uns zu verbringen, dass wir Ihnen ein bisschen unsere Change-Management-Methodik näher bringen konnten. Und jetzt freuen wir uns natürlich noch, wenn Sie uns noch Ihre Fragen in den Chat reinschreiben und dann beantworten wir die natürlich noch sehr gerne. Da kommt auch schon die erste Frage. Andreas, die kann ich gleich an dich weitergeben. Wie kann man sich das bei so einem Diagnose-Workshop denn genau vorstellen? Das heißt, wie viel Aufwand ist es denn und wie läuft so etwas konkret ab? Es ist so, dass es natürlich immer so ein bisschen abhängig von der Größe des Projektes oder der Veränderung, aber man kann vielleicht sagen, man sollte auf jeden Fall so um die zwei Tage investieren. Das können wir auch komplett remote machen. Wir haben momentan Kunden, bei denen wir Change-Prozesse begonnen haben und jetzt aufgrund der Situation eben komplett von On-Site auf quasi remote umgestellt haben. Das sieht dann so aus, dass man anhand eines sehr strukturierten Prozesses gewisse Themen durchläuft. Wir beschreiben immer die Idee dahinter. Wir haben dann kurze Fallstudien, mit denen man das mal selber ausprobieren kann. Ja, zum Beispiel dieses PCT-Modell ist ein Thema, was in der Diagnose adressiert wird. Da gibt es ganz klare Fragen dahinter, die sich auf das Change, das Projektmanagement und die Sponsoren im Unternehmen beziehen. Die gehen wir durch, die beschreiben wir. Dann machen wir das in der Fallstudie einmal mit den Mitarbeitern des Kunden, sodass sie ein Gefühl dafür haben und auch schon mal das Durchlaufen haben. Und dann machen wir eine sehr knackige Session, wo wir das Ganze auf das jeweilige Unternehmen anwenden. Und so machen wir das mit den ganzen Bestandteilen, die in der Diagnose eine Rolle spielen. Also wir gehen zum Beispiel dahin und identifizieren die verschiedenen Sponsoren. Wir machen eine ADCA-Analyse, also wo stehen die einzelnen Abteilungen, wo stehen die einzelnen Personen, was müssen wir als erstes machen und so weiter. Wie stark ist dieser Change überhaupt? Wie hoch ist das Risiko? All das sind Fragen, die durch strukturierte Fragetechniken durchgegangen werden. Ja, und wir machen es halt, wie gesagt, immer über eine Fallstudie und dann konkret am Unternehmen. Und wenn man es on-site macht, macht man das in eins bis zwei Tagen, je nach Größe des Umfangs. Wir machen dann häufig auch bei größeren Projekten eins zu eins Interviews mit ausgewählten Sponsoren, um bei den Sponsoren nochmal so ein bisschen das Gefühl zu adressieren, wie wichtig Change ist. Da kann man schon sehr viel im eins zu eins Gespräch auch rüberbringen und gleichzeitig aber auch noch sehr viel wichtigen Input einholen. Und all das machen wir, wie gesagt, entweder live und in Farbe physisch vor Ort. Wir können aber auch alle Komponenten komplett remote durchführen. Und da machen wir es dann halt ein bisschen anders, indem wir das in kleinere Slots einteilen, die man auch nicht alle an einem Tag hat, sondern die man über eine Woche oder sowas verteilen kann. Und dann kommen wir in einem durchschnittlichen Zeitaufwand von zwei Mann Tagen dazu, eine valide Diagnose stellen zu können. Alles klar, vielen Dank. Dann habe ich gleich noch eine Frage und die ist auch für dich, weil du bist da der Experte, was kulturelle Unternehmensformen angeht. Wo sehen Sie die Veränderung durch Digitalisierungsprojekte bei der Organisation? Sprich, braucht es neue Organisationsformen? Also das pauschal als Ja zu bezeichnen, wäre falsch. Das passiert momentan sehr schnell. Alle Welt spricht ja auch von agiler Organisation oder von Agilität als einen ganz wichtigen Baustein in der Digitalisierung. Also ich denke, für uns aus Kosmos Sicht ist es wichtig, dass man zunächst einmal feststellt, dass wir bei Veränderungsprozessen und Digitalisierung ist ganz wesentlicher Veränderungsprozess, eigentlich vier Bereiche hat, die man adressieren muss, damit Veränderung erfolgreich und langfristig funktioniert. Das ist einmal alles, was so im einzelnen Individuum innerlich passiert. Wir sprechen dann gerne von Mindset, von Motivation, also von dem, was den einzelnen individuellen Mitarbeiter betrifft, wie er auf die Dinge schaut und wie er sich auch in diesem Veränderungsprozess selber weiterentwickelt. Dann haben wir den Bereich, wo man auf den einzelnen Mitarbeiter mehr von draußen schaut, also auf sein Verhalten und auch seine Fähigkeiten. Ganz häufig gibt es so Führungskräfte, Trings und so weiter, die sowas adressieren. Und dann haben wir den kollektiven Rahmen, den wir einmal von innen betrachten. Das ist die Kultur. Das sind die ungeschriebenen Gesetze im Unternehmen. Das sind, naja, die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert. Und wir gucken auf das Äußere dieses kollektiven Umfeldes. Das sind Prozesse, Organisationsformen, wie die Standorte gestaltet sind und so weiter. Diese vier Bereiche sind aus unserer Sicht alle essentiell. Wir können keinen auf irgendeinen anderen reduzieren. Wenn man ein von den vier Sachen komplett außen vor lässt, wird es ganz häufig problematisch oder man bleibt halt in der Transformation irgendwo stecken. Und wenn ich jetzt auf diesen Bereich Organisation und Prozesse und Strukturen schaue, dann kann es durchaus sein, dass wenn ich zum Beispiel möchte, dass Mitarbeiter selbst organisierter sind, dass ich möchte vielleicht, dass Entscheidungen dezentraler getroffen werden, weil ich dadurch mehr Geschwindigkeit erzeuge, dann hat das einen gewissen Einfluss auf das Mindset der Person, die ich dort zum Einsatz bringen möchte. Das hat was mit der Befähigung zu tun, die Art und Weise, wie sie miteinander interagieren, wie die Kultur im Unternehmen ist und letztendlich auch, wie ich die Organisation gestalte. Und wenn ich das möchte, dann brauche ich all diese Komponenten, aber ich muss am Ende auch dafür sorgen, dass ich vielleicht Strukturen in der Organisation entsprechend anpasse. Ansonsten nützt mir das beste Mindset der Mitarbeiter nicht, das ist die beste Befähigung nicht und die beste Kultur nicht. Wenn die Organisation dem entgegensteht, dann torpediere ich diese Veränderung langfristig. Schönes Beispiel ist gerne, wenn man zum Beispiel über Incentive-Bonus-Vereinbarung spricht, wenn ich zum Beispiel einen stark teamorientierten Fokus haben möchte. Ich möchte, dass Mitarbeiter sehr das Team und die Gesamtleistung in den Vordergrund stellen. Dann brauche ich natürlich Leute, die dazu bereit sind. Aber ich darf auch nicht dann Bonus-Vereinbarungen haben, die zum Beispiel nur auf eine persönliche Umsatzzahl fokussiert, weil ich dann natürlich genau das torpediere. Also von daher würde ich sagen, ja, in der Digitalisierung, die mehr Schnelligkeit, mehr Flexibilität und höhere Komplexität mit sich bringt, brauche ich langfristig durchaus auch Veränderungen in der Organisationsform. Aber ich würde immer ganz gezielt gucken, an welcher Stelle und warum und nicht nur auf den Agilitätszug aufspringe, weil das Wort so gut klingt. Es gibt sicherlich auch im Rahmen der Digitalisierung weiter Bereiche, die ganz klassisch wunderbar funktionieren. Man muss halt sehr genau dann gucken. Dann haben wir eine Frage, ob jetzt Change Management für, wenn wir das im Bereich der digitalen Transformation anwenden, wieder anders vorgehen als für klassische Sachen, beispielsweise für Restrukturierungen. Ja, ich würde sagen, also Change Management, so wie wir es ja hier heute in der Präsentation vorgestellt haben, ist halt ein sehr strukturierter Ansatz, den ich immer projektbegleitend mache. Was ich natürlich bei langfristigen Transformationsprozessen adressieren möchte, ist ja ein grundsätzlicher langfristiger kultureller Wandel. Und die Methoden, die ich dann zur Anwendung bringe, sind vielleicht erst mal so auf den ersten Blick ähnlich, weil auch da muss ich viel kommunizieren. Ich mache vielleicht Workshops, ich gehe in 1 zu 1 Gespräche und so weiter. Auch da ist sicherlich so etwas wie ein Kommunikationsplan oder etwas übergreifender vielleicht eine Kommunikationsstrategie sehr sinnvoll. Was wir da aber auch machen, ist, wir nehmen noch andere Diagnose-Tools mit in unserer Herangehensweise. Zum Beispiel arbeiten wir für kulturellen Wandel sehr intensiv mit dem sogenannten Nine-Levels-Modell. Das ist ein Modell eines US-amerikanischen Psychologen, der das in den 50er-Jahren schon entwickelt hat und was sich durch viele, viele Studien und viele unterschiedliche Wissenschaftler immer mehr bestätigt hat. Und er beschreibt die Entwicklung in Wertesystemen, in gewissen Weltanschauungen, gewissen Herangehensweisen, die immer abhängig sind vom Marktkontext, in dem ich mich agiere. Und er beschreibt das auf der Basis von Einzelpersonen, von Gruppen und ganzen Organisationen. Und Nine-Levels hat dieses Modell adaptiert und hat ein Online-Tool daraus gemacht, ein Fragebogen, bei dem ich die individuellen Werte einer Person, aber auch einer Organisation abfragen kann und visualisieren kann. Und da arbeiten wir sehr intensiv selber mit, seit nunmehr zwei Jahren und auch bei Kunden, weil man mit dem Modell ein Bewusstsein schaffen kann, bei den einzelnen Akteuren, wie Veränderung stattfindet, von wo nach wo, was die einzelnen Schritte sind und vor allem, wo man selber steht. Und man kann damit ganz tolle Gespräche und Diskussionen ansteuern und dafür sorgen, dass parallel zu vielleicht diesen, was wir hier beschrieben haben, strukturierten Change-Aktivitäten, eben auch so ein genereller Kulturwandel im Unternehmen bewusst initiiert wird. Und dann hatten wir noch die Frage, wo dann der Unterschied zwischen Resistenzmanagement und Widerstandsmanagement ist. Das ist eigentlich nur, sage ich mal, eine nicht ganz saubere durchgängige Übersetzung. Also da können Sie sich eigentlich das Gleiche darunter vorstellen. Dem Thema geht es eigentlich wirklich immer darum, mit Widerständen umzugehen. Und die Unterscheidung, die wir da fassen, ist eher, zum einen das proaktiv zu machen, dass ich wirklich versuche oder mir am Anfang schon anschaue, wo denn mögliche Widerstände auftreten könnten. Und das erfolgt eben in dieser ganzen Analysephase. Und dann aber auch das reaktive Widerstandsmanagement, wenn ich merke, im Verlauf dieses Projekts, dass da Widerstände hochkommen, diese dann gezielt zu adressieren und diese abzubauen. Und da gibt es dann halt auch verschiedene Strategien dafür, wie ich da vorgehen kann. Gut, ich sehe, wir haben sonst keine weiteren Fragen mehr reinbekommen. Wenn Sie weitere Infos dazu wollen, schreiben Sie uns gerne an und dann reden wir auch gerne in persönlichen Kontakt darüber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute. Auch von meiner Seite.